Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Albina und heute mit dem Thema Puring Swipen mit den restlichen Farben. Vielleicht hast du auch mal dir die Frage gestellt, wo jetzt hatte ich meinen Spaß und das ist ein bisschen Bronzer, ein bisschen Gold, ein bisschen Blau, ein bisschen was weiß ich geblieben und du weißt nicht, was mache ich damit. Es gibt zwei Varianten, entweder hast du deine Farbe und postest du das wie ich weiter oder du sammelst das in kleine Fläschchen mit ganz gutem Verschluss und dann ist die Farbe auch sehr in guten Händen, kann man die zumachen und weiterverwenden. Ich habe meine Fläschchen auch so leer, ich bin auch nachhaltig unterwegs und wenn man sich so ein bisschen Energie holen kann, kann man Qi trinken und dann in der Fläschchen Farbe aufbewahren. Naja und heute geht es um Swipen. Bei Swipen brauchen wir immer Kissen. Und das Thema, wie bereite ich Leinwand vor, das hatte ich auch in einem Video dazu gedreht. Wenn er neu in diesem Welt der Puring ist, dann könnt ihr dieses Video auch anschauen. Und heute ist wichtig zu verstehen, bei Swipen brauchen wir Kissen. Kissen sind ein bisschen dicker eingemischt als alle anderen Farben. So seht ihr, dass es fließt, aber ein bisschen dickflüssiger. Und ich habe auch auf meiner Decke hier ganz viele Farben waren da und ich habe sie auch gesammelt. Die würde ich auch verwenden. Wie gesagt, für mich ist das auch jetzt ein Experiment. Ich fange wirklich mit dieser Farbe, die ich vom Tisch gesammelt habe. Das wird jetzt meine Ecken-Ecken-Zudeckung, weil das ist jetzt wirklich Rest, Rest, Rest. Ja. Und das kommt an die Seiten, damit es einfach fließt. Und ja. Und wie ihr seht, das fließt schon. Und dann nehme ich mein Kissen in die Mitte, gisse ich das da. So. Ich würde das jetzt, wie gesagt, Restfarben verwenden. Ich würde das Ganze jetzt, ich bin jetzt grüßzügig. Alles muss weg. Und wenn die Reste bleiben, sammle ich sie wieder. Und werde vielleicht sie nochmal verwenden. Und noch ein Video drehen. So. Man muss auch nicht übertragen. So. Und wie fange ich jetzt an? Das ist jetzt sehe ich gerade, da gibt es bei mir so Bläschen entstanden. Das ist eigentlich, man kann das mit Holzstäbchen so ein bisschen wegnehmen. Oder man kann die mit dem Heißluftfön wegpusten. Und ich denke, das mache ich jetzt, weil die Farben standen so ein bisschen. Und das gefällt mir jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da sind überall ganz viele Bläschen. Wie gesagt, das puste ich jetzt weg. Ich habe so ein Heißluftfön da. Und das ist wichtig, dass der so ein bisschen wärmer wird. Und dann muss man nur so kurz draufgehen. Und dann gehen die Bläschen weg. Ja. Einfach ein bisschen gucken, bis das sich erwärmt. Ja. Sieht schon gut aus. Nicht der Hand da stehen. Das ist so wirklich für 150 Grad. Und dann kurz auf das Bild. Dann gehen so. Ihr seht das nicht, aber ich sehe, dass die Bläschen gehen weg. Nicht zu lange pusten, weil sonst wird die Farbe verbrennen. Ja. Bei manchen Techniken und dann die restlichen, weil ich sehe, das sind so jetzt, weil ich die Farbe so unten gesammelt habe, sind die Bläschen entstanden. So. Jetzt habe ich die weg. So. Dann nehme ich meine goldene Farbe. Ich mache jetzt, wie gesagt, Experiment. Ich mache eine Farbe. So. So. Die ganze Farbe muss weg. Das ist die Bronze. So. Dann, damit der Kontrast schöner wird, habe ich jetzt eine Farbe eingemischt, aber nicht verwendet. Dann gehe ich mit dieser Farbe oben drauf. So. Dann nehme ich das. Das ist so ein bisschen wie Ich swipen vorher. Aber wird ein bisschen anderes. Ich mache das so. Ich mache jetzt zwei Techniken in eins, sozusagen. Ich habe jetzt so eine Idee. Und nehme einfach ein bisschen mehr Farbe, weil ich hatte das Gefühl, bei ersten Zweiten war das bisschen zu wenig. Jetzt mache ich das bisschen mehr Farbe. Und dann hatte ich ein anderes Gold auch gemischt. Dann würde ich jetzt hier in die Mitte packen. Und gefühlt wird jetzt kein Experiment. Es wird jetzt noch ein zweites Zweiten Bild. Nur ein bisschen anderes. Für Kontrast nehme ich richtig bisschen dicker, weil man nimmt sonst für Swipen ganz wenig Farbe. Und ich nehme jetzt ein bisschen mehr. Mal schauen, was passiert. Was mache ich noch? Was mache ich noch? Ich mache noch folgendes. Ich mache hier und da zwei Freiswipe. Leute, wie gesagt, das ist jetzt Spinnerei pur. Was wird, weiß ich nicht. Das könnte auch nichts werden. Aber vielleicht wird das eine goldene Straße mit blauen Blümchen. Na, blau werde ich nicht ganz wegbohren, weil das war auch so ein bisschen zu viel gemischt. Die werde ich auch bewahren. Und ich mache eine, das ist auch vielleicht interessant. Hier in die Mitte mache ich hellere Farbe. Ich mache die Bronze. Da hatte ich noch ein Tropfen Bronze da. So. Und bei der anderen mache ich richtig dunklere Farbe rein. Weil dann kommen die Zellen besser raus. So, die war die dunkle. Ich mache die dunkle Farbe da. Zack. So. Das ist noch ein bisschen grau bei mir. Machen wir noch grau? Nein, die grau kommt nicht mehr. So. Ich denke, es reicht. Jetzt nehme ich meine Zellenaktivator in die Mitte. Da. In die Mitte da. Und in die Mitte hier. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Was ich jetzt noch mache. Ich mache hier so Blümchen. Ich nehme so eine. Sonst nehme ich so dickere Spachteln. Und das ist jetzt Zahnstocher. Und mache ich hier so Blümchen. Von außen nach innen. Eine mache ich von außen nach innen. Und bei anderen. mache ich von innen nach außen. So. Bitteschön. Und hier mache ich. Hier war das von außen nach innen. Ja? Und jetzt machen wir. So. Andere Blümchen. Die ist schöner als die. Aber lassen wir beide so. So. Jetzt brauchen wir unsere Werbung. Und ich fange jetzt mit den Blumen an. Und dann swipe ich die da rein. So. Wichtig ist, dass wir unsere Werbespot. So das Papierchen bisschen abtrocknen. Und dann so leicht ziehen. So. Und dann. Und dann. Bei der anderen ziehe ich das so ein bisschen so rein. Ob diese Blumen da bleiben, weiß ich wirklich nicht. Es könnte sein, dass sie dann einfach wegfließen. Aber vielleicht auch nicht. Die lasse ich so. Dann entstehen vielleicht Kontraste. Und in die Mitte. Gehe ich einfach. Mit klassischen Swipen. Und ziehe ich das nach unten. Einatmen. Ausatmen. Ziehen. Bisschen breiter. Dazwischen lasse ich bisschen Farbe da. Die Blumen. Die Blumen. Die Blumen geht weg. Hier lasse ich so, wie es ist. Wie gesagt, wo man experimentiert. Muss man auch bisschen was drauen. So. Jetzt drehe ich das Ganze um. Gefühlt ist Leinwand zu klein. Für so viele Farben. So. Hier lasse ich wirklich so. Ich würde das hier. So. Ja. Jetzt fange ich an, das Ganze zu bewegen. Und wenn mir was nicht gefällt, zum Beispiel, dann kann ich das auch so. Hier ist das Muster. Finde ich cool. Dann ziehe ich das einfach da und da. So. So. Wegziehen. Und jetzt. Mal schauen, was wir da gezaubert haben. Und wie das Bild sich entwickeln. Und wie ihr seht, je mehr Farbe, desto cooler fließt das. Ja. Und hier wollte ich erstmal so ein bisschen, und das ist jetzt viel Farbe, so ein bisschen das Bild bewegen. Mal gucken, wie ich die Muster ändern kann. Weil hier unten zum Beispiel ist nicht so spannend gefühlt. Aber oben ist super spannend. Und diese dunklere Kontraste kommen. Und zum Beispiel dieses Weiß gefällt mir jetzt nicht. Das würde ich hier auch hier nach unten ziehen. Ja. Und das vielleicht diese dunklere Kontraste reinziehen. Und jetzt weiter bewegen. So. Wie ihr seht, die Farbe kann man hin und her schieben. Und hier in die Mitte finde ich, das ist eine sehr schöne Zellenbildung. Ich würde den Rest jetzt, obwohl diese Seite gefällt mir auch gut. Diese Kleinwand ist zu klein für so viel Farben. Ja. Ja. Aber ich muss noch ein bisschen was weggeben. Weil sonst, es ist insgesamt cool. Schaut ihr mal, wie das sich das Ganze öffnet. Und ihr könnt das weggeben, was euch nicht gefällt. Ja. Hier haben wir so ein bisschen, ähm, was soll ich sagen, ein bisschen mehr gemacht. Und jetzt kann ich das bisschen mehr auch weg und dann zurück. Das ist natürlich spannend. Und gefühlt würde ich das nicht mehr drehen. Ich lasse das jetzt kurz auf mich wirken. Lassen oder weiter ziehen? Lassen. Ja, ich habe hier so einen Kameramann. Er meinte lassen. Aber hier entsteht so ein geiles Da noch. Ich kann euch sagen, dass es fast aus Restfarben ist das schönste Bild geworden, gefühlt. Weil der hat einfach mehr, nicht mehr Energie, aber mehr Muster. Ja, ab und zu Finger weg ist gut. Aber Leute, schaut ihr mal, was passiert. Da drunten kommen weitere Muster. Und weitere. Und sie öffnen sich noch weiter. Die zählen von da. Lassen. Lassen. Es war schon so einmal lassen, aber ich denke, jetzt ist wirklich so lassen. Ich zeige euch nur mal, ich mache nur meine Hände ein bisschen sauberer und zeige euch, wenn, liebe Leute, wenn ihr ein bisschen mehr Farbe nehmt, dann habt ihr ein bisschen mehr Fläche zum Experimentieren. Ja. Und natürlich, wenn ihr nicht an die Farben spart, schaut ihr mal, habt ihr wirklich überall perfekte Rände. Die Seite gefällt mir sehr gut. Drehe ich das jetzt kurz um. Schaut mal. Rand ist in sich so ein bisschen Kunstwerk. Und das Bild lebt noch, aber ich lasse das. Ich habe so ein Händchen zum Übertragen. Und in meiner Mahlschule sage ich immer, jetzt aufhören. Deswegen, ihr müsst dieses Maß finden. Wann höre ich auf in Puring ist das auch wichtig. Das Bild könnte schöner werden. Es könnte aber auch in andere Richtung gehen. Deswegen rechtzeitig aufhören hilft. Und wenn es euch mein Video gefallen hat, dann abonnieren sie meinen YouTube-Kanal, stellen sie mir Fragen und zeigen sie mir eure Bilder. Ich bin gespannt, wie eure Ergebnisse aussehen. Und wenn ihr noch irgendwo Zweifel habt, dann wie gesagt, schreiben, schreiben, schreiben. Ich bin gerne dabei. Und wenn ich wieder Zeit und Bock habe, bohre ich noch einige Bilder für euch. Liebe Grüße und bis bald eure Tara. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.